Oberbürgermeisterin Simone Borges hat dieser Tage den barrierefreien Erweiterungsbau der Grundschule Ottersleben feierlich eingeweiht. Mit einem Investitionsvolumen von 8,75 Millionen Euro entstanden auf rund 2.800 Quadratmetern neue Räume für die SchülerInnen. Bauherr war das kommunale Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Das danebenstehende und über 100 Jahre alte Backsteingebäude ist bereits mehrfach erweitert worden. Zuletzt erhielt es im Jahr 2003 ein zusätzliches Unterrichtsgebäude sowie eine Sporthalle. Aufgrund der stark angestiegenen Schülerzahl gab es bereits seit dem Schuljahr 2007-2008 einen Lebensstandort. Im selben Jahr hatte der Stadtrat den Bau eines neuen Gebäudes am Hauptstandort beschlossen. Baustart war im Oktober 2021. Seit dem 12. Februar 2024 nutzt die Schule das neue Gebäude offiziell. Die Grundschule Ottersleben ist jetzt fünfzügig und kann bis zu 560 Schulkinder aufnehmen. Die drei versetzten Gebäuderegel passen sich dem Grundstück an. Das barrierefreie Haus ist über einen großzügigen Eingangsbereich mit zentralen Treppenhaus und Aufzugsanlage zu erreichen. Der Hortbereich erstreckt sich über zwei Ebenen. Die neuen Schulräume sind im zweiten Obergeschoss und lassen sich teilweise mit dem Hort zusammen nutzen. Flure, Klassen- und Gruppenräume ermöglichen eine offene und flexible Nutzung. Neueste digitale Lerntechnik ergänzen den Schulalltag. Im Außenbereich gibt es unter anderem Spielflächen und ein Klassenzimmer im Freien. Ein zweiter Zugang zum neuen Schulgebäude von der Straße Alt-Benneckenbeck bindet barrierefrei den bestehenden Schulhof an.